Die neue Drittliga-Saison startet für die Dresdner mit einem Duell gegen den Aufstiegsaspiranten aus München. Früh gerät Dynamo in Rückstand, die Gäste bauen die Führung aus. Dresden Sieben Minuten ist die neue Saison alt, da gerät Dynamo zum ersten Mal in Rückstand. Ein Eigentor von Innenverteidiger Kevin Ehlers lässt den Gegner 1860 München jubeln. Beide Teams gelten als Aufstiegsfavoriten in dieser Drittliga-Saison. Wer kann sich im ersten Duell durchsetzen? Sächsische.de berichtet live und ausführlich im Ticker. Der Spielstand Zwischen Dynamo Dresden und 1860 München steht es 0 zu 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.